Hi, ich bin die Laura, ich bin euer Gorilla Food Coach und heute machen wir zusammen ein richtig geiles Pesto. Für die schlauen Köpfe haben wir heute das grüne Rucola Pesto. Dazu braucht ihr zwei Handvoll Basilikumblätter, zwei Handvoll Rucola Blätter, zehn Esslöffel Olivenöl, sieben Esslöffel Kürbiskerne, vier Esslöffel Parmesan, eine halbe Zehe Knoblauch, ein Teelöffel Kräutersalz, drei Priesen Pfeffer, dann das Ganze einfach zusammenmixen und schon ist euer Pesto fertig. Viel Spaß und jetzt seid ihr dran.